Hallöchen zusammen, ich bin's wieder eure Grobi. Kleiner Basteltipp und zwar Blumensamen. Ich verschenke immer ganz gerne bei Blumensamen. Es ist immer ein kleines Mitbringsel und Leute, die einen Garten haben, freuen sich drüber. Dann bastel ich mir hier diese kleinen Samentütchen und habe ich mir gedacht, die immer so zu verschenken. Ist ja schon schön, aber es gibt doch jetzt Goodiebacks. Also statt Goodiebacks habe ich eins gebastelt und habe dort die Blumensamen reingemacht. Und jetzt ist es ein Blumensamenback. Also, wenn ihr auch gerne Blumensamen verschenkt, bastelt doch solche Tütchen und ein Goodieback. So, denke ich mir mal, freut sich jeder, der die bekommt, noch doppelt so doll. Also, bis zum nächsten Mal, eure Grobi. Tschüss!